Bits und so kommt heute auch mit freier Stützung von Jimdo. Geht auf de.jimdo.com slash Bits und so. Dort gibt es Webseiten zum Klicken. Individuell, so wie du. So wie du. Ja. Und ihr könnt dort mit 20% Rabatt mit unserem Code direkt loslegen. Ihr Gutscheincode ist Bits und so. Gibt dann 20%. Damit kommt ihr für das normale kleine Paket auf unter 50 Euro im Jahr raus für Jimdo Pro. Ihr könnt, kriegt die Domain im ersten Jahr gratis dazu. Ihr bekommt eine gewisse Anzahl von Speicherplatz und Bandbreite. HTTPS ist drin. Support ist drin. Die Designs sind drin. Ihr habt da einen relativ kleinen Preis für ein sehr umfangreiches, vollständiges Paket. Und damit könnt ihr euch eine Website zusammen klicken. Ihr schaut euch eine Vorlage an. Oder es muss nicht mal so weit. Mit Dolphin kannst du dir einfach so. Der sucht für dich aus, nachdem du gesagt hast, ich habe ein So-und-So-Geschäft oder eine Arztpraxis oder irgendwas. Ich möchte einen Candy-Shop starten. Dann gibst du einen hier Süßigkeiten. Mein Name ist Elon Musk und dann sucht ihr dir eine Vorlage aus. Genau. Ich habe es tatsächlich auch gerade wieder benutzt, ausführlich, weil ich wollte mal irgendwie wegen Datenschutz-Quatsch mein Impressum ändern. Da habe ich schnell das Impressum geändert. Da habe ich gedacht, eigentlich will ich gerne ein neues Logo und die Startseite soll auch anders aussehen. Zack, kurz neu zusammengeklickt und dann sieht halt die Webseite wieder ein bisschen anders aus. Und es ist plötzlich halt einfach so, wie ich das jetzt heute haben möchte. Und das ist dann relativ easy, einfach alles zu machen. Und plötzlich hast du halt irgendwie deinen HTML-Code, den dir irgendein Datenschutzgesetz-Generator hat. Sagst du, ich möchte gerne einen HTML-Code. Klick, drin, fertig. Geht auf de.gymdo.com probiert es mal aus, probiert es für euch selber aus oder für andere Leute, die das dann einfach mit ihrem Smartphone befüllen können. Und dann ist dieses Problem Webseite erst mal gelöst. Und das ist euer Ding, ist auf eurer Domain, die gehört euch. Die könnt ihr dann, falls ihr irgendwann sagt, Jimdo ist doof, könnt ihr auch woanders hinziehen. Oder wenn ihr über Jimdo hinaus wachst und sagt, okay, ich brauche jetzt wirklich einen seriösen, also nicht, der Jimdo-Shop ist auch seriös, aber einen wirklich ernsthaften Shop, der noch mehr Dinge kann, als jetzt, also Jimdo ist kein Amazon. Ja, ja, klar. Der Jimdo-Shop, der hat eine gewisse Begrenzung an gewissen Leveln. Teilweise ist es halt, dass Jimdo-Business haben unterschiedliche Anzahl von Artikeln, das ist das eine, aber vielleicht gibt es halt Features, die du im Shop haben möchtest, die sie dann irgendwann nicht mehr können. Und das ist aber kein Problem, weil die Domain gehört euch und ihr könnt dann einfach auf dieser Domain was anderes installieren beim anderen Anbieter. Ihr seid nicht eingesperrt wie bei Facebook oder irgendwas. Gut. Herzlichen Dank an Jimdo für die Unterstützung. Hallo. Vielen Dank.